Elli, du kommst jetzt auf der Stelle hierher und zwar sofort und bringst mir meine Pistole. Nein, nicht heute auf die Nacht. Nein, ich hol sie auch nicht bei dir. Du bringst sie mir jetzt hierher persönlich und in deiner Tüte. Keine Tüte hast. Elli, Elli, erzähl mir nicht, dass du keine Tüte hast. Dann wickelst du das in ein Kuvert oder in ein Zeitungspapier oder wie auch immer und bringst mir es jetzt gleich ins Büro. Moment mal, nein, nicht. Auf gar keinen Fall. Was? Wie? Nicht hierher, Depp. Manni, Elli, nein, Elli, in einer Viertelstunde bist du mit der Pistole dabei, das Schieß mit dir habe ich jetzt endgültig satt. Ende.